herzlich willkommen und schön dass du da bist wir schauen uns heute den unterschied zwischen einem wifi jammer an und ein wifi de aussah und zwar sagt uns der name auch schon genau was es ist ich habe für dich mal die übersetzung aufgerufen jetzt mal und ja ein jammer ist einfach ein störsender und ein de aussah da steht jetzt taub was meinen die jetzt mit taub taub heißt in dem sinne ein de aussah kann ein gerät taub schalten man kann sagen es hält hier so die ohren zu von dem gerät damit eben nichts mehr mitbekommt und der unterschied zwischen den zwei sachen ist eben ein jammer kann man sich vorstellen wie wenn wir jetzt gerade mit jemandem reden willst und irgendeine dritte person steht daneben und schreit einfach vollgas rum so damit du nichts mehr verstehst genau das macht es macht einen jammer und dieser jammer ist eben auch deswegen sehr leistungsstark denn er muss ja sehr laut schreien genau was macht ein de aussah der macht dich einfach taub das ist wie wenn jetzt jemand die dritte person ihr die ohren zuhört so dann kannst du nichts mehr hören und ja aber wenn jetzt vielleicht noch eine vierte person da wäre die könnte wieder was hören wenn jetzt jemand mit der redet also ein jammer kann alle systeme im umfeld stören und ein de aussah zwar auch aber der unterschied ist hier dass er auch einzelne geräte stören kann also zum beispiel nur dich oder nur den je nachdem wenn du dir halt vorstellst du wirst jetzt ein computer oder halten wifi stick sozusagen genau und ja man kann beides kaufen ein wifi jammer kostet mehr denn er braucht mehr leistung und ist auch etwas komplizierter ist auch sehr illegal du kannst auch zum beispiel ja lte stören oder das handy netz notruf sogar auch und deswegen kann ich da drüber auch kein video machen denn das ist schon ziemlich heikles thema und es geht auch eben mehrere kilometer wenn man entsprechende antennen und leistung hat beim de aussah den kann man sich tatsächlich nachbauen ist aber auch nicht erlaubt denn du kannst ja nicht einfach irgendwelche wlan stören oder geräte in dem wlan und ja das ist eben der unterschied der eine schreit vollgas rum und der andere hält dir die ohren zu so und ja das wollte ich dir nur mal schnell erklären was eben der unterschied zwischen wifi jammer und de aussah ist und ich hoffe du hast es verstanden hat es spaß daran ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen tag bleib sicher pass auf dich auf und wir sehen uns mit sicherheit abonniere Vielen Dank.